Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle und wir sind in einer neuen Folge Beasts of Prey. Ja, was machen wir heute? Gute Frage, nächste Frage. Gut, 15.08 Uhr, dann weiß ich wann ich gestartet habe. Ich habe mal drauf geguckt. Ich möchte heute, muss ich mal gucken, was haben wir denn noch? Es muss noch ein paar Mineralien etc. mir besorgen, denn ich möchte heute oder ich möchte mal anfangen, Entschuldigung, zu husten, nein. Ich möchte anfangen, mir so ein Ölbohrturm zu basteln. Nachdem ich ja in der letzten Folge die ganzen Sachen verbraten habe, um mir eine sinnlose Tischsäge herzustellen, ja, brauche ich heute jetzt wieder Mineralien oder sonstiges, wie auch immer man das nennen mag. Ich hoffe mal, wenn ich dann Öl habe, dass wir dann eventuell, ja, keine Ahnung, dann vielleicht auch den Turm zum Leuchten bringen können. Ja, Leuchteturm. Ja, gut, wird sich herausstellen. So, hier gibt es nichts mehr, dann machen wir mal hier. Und da werde ich einiges an Eisen brauchen. Deshalb muss ich Steine klopfen heute. Ja, kann jetzt natürlich etwas langweilig werden, aber hilft ja leider nichts. Das gehört halt auch dazu. So, dann kommen wir ins nächste Stück rein. Und dann hoffen wir mal, dass nicht plötzlich wieder irgendein Schreihanswurscht hinter mir steht. Oder dass der große Ticke mit den kurzen Armen hinter mir auftaucht. Klöng, klöng, klöng. So, hier bin ich auch fertig. Immer hier. Hm, da wird jetzt die ganze Tasche voll Steine. Und dann weiß ich nicht, was ich mit denen anfangen soll. Das ist natürlich etwas blöd. Naja, ich wollte ja mal gucken, aber ich habe noch nichts gefunden. Zwecks irgendwelchen Foren oder... Bleibt mir bloß vom Hals. Und vor allem... Oh, fuck! Och, man, hallo! Vor allem die sind da oben und schreien rum und es hört sich an, als ob sie direkt hinter einem stehen. Hm, na gut. Gut, aber so lange sind, wo wir da oben sind, geht's ja. So, hier ist auch nichts mehr drin. Auf dem Boden liegt auch nichts. Gut, gucken wir mal, wie viel haben wir denn jetzt? 32. Naja, okay. Hallo? So. Hm. Sintönige Arbeit. Na, ich laufe jetzt dann gleich mal rüber und lasse das gleich mal identifizieren wieder. Mal gucken, was da rauskommt. So, hier ist auch nichts mehr drin. Aber das sehen wir mal. Aber das ist komisch, ich bin... Ich bin ja noch nicht weit gelaufen. Ich bin aber schon wieder außerhalb der Reichweite von meinem Lager. Den oben haben wir da. Sieht man das ja auch schon wieder nicht mehr. So, hier ist auch nichts mehr drin. Und hier... Kommen wir es hier nochmal. Kommt da was raus. Aber ich denke mal, wenn ich... dann... dann... ähm... ja... so Öl... Ölbohrturm oder was auch immer es ist. Dann werde... dann werde ich mit Sicherheit auch eine Raffinerie oder so, was ich jetzt brauchen. Das heißt, viele, viele, viele Ressourcen sammeln. So, jetzt laufen wir mal zurück. Ah doch, da oben wird es angezeigt. Gut. Da sehe ich ja auch schon mein Türmchen. Hier oben wäre auch noch ein Fels, aber... Na, jetzt bringe ich erstmal die Sachen zurück und lasse sie identifizieren. Ah, okay. Ich glaube, den da oben nehmen wir noch mitschnall. Ah, da hinten könnte eventuell auch wieder voll sein. Ah, da oben kommen die Dicken wieder. Ich hoffe nach wie vor, dass das Pflanzenfresser sind. Aber ich glaube schon. Ich glaube und hoffe. Aber wenn die Dicken da sind, dann wird wahrscheinlich der Dicke mit den kurzen Armen nicht mehr lang auf sich warten lassen. So. Hm. Ich laufe da jetzt einfach mal ein bisschen näher, ey. Ich mach mal eine Nahaufnahme. Hm. Okay. Na gut. So. Ähm. Nein. Hier war doch. Ups. Genau. Dann nehmen wir den auch noch gleich mit, wenn er schon hinspawnt. Ja, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Ich hoffe mal, dass bald mal wieder was Debt-mäßiges kommt. Ich hoffe mal, dass überhaupt wieder mal ein Update kommt. So. Heut. Die Rollsteine. Das sind die berühmten Rollsteine. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Okay. 58. Naja, dürfte schon ein bisschen was rauskommen. Boah, du Scheiße. Hab ich's doch gesagt. Der Dicke kommt wieder. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Und mir bleibt jetzt im Endeffekt gar nichts anderes übrig, als einfach nur ein bisschen was zu craften. Denn meine Armbrustbolzen, Armbrust, vor allem die Brustbolzen, äh, hallo, sind ja, ja, wirkungslos. Das funktioniert auch nicht, das ist, ach, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ich will jetzt einfach, einfach mal testen. Und wieder, genau, da sind wieder die beiden Wood Planks drin. Gut, stellen wir uns halt mal eine Minute hierher und versuchen nochmal. Also irgendwie, hm. das ist, ja, das ist salzam. Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder neu anfangen, nachdem ich mir hier, ja, schon ein bisschen was hergestellt habe. Einen sinnlosen Wachtturm, von dem man immer runterkommt. Einen Leuchtturm, der nicht leuchtet und eine Tischsäge, die nicht sägt. Na, hoffe ich mal, dass das wirklich vielleicht irgendwann mal, hm, mit einem Patch, mit einem Update, alles mal repariert wird. So, seht ihr, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt fängt es wieder von vorne an, das ist, äh. So, jetzt gehen wir trotzdem nochmal hierher. Okay, könnte man hier eigentlich irgendwas, ne, das, nöp, 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 nöp. Okay, dann legen wir die Dinge mal hier, naja, jetzt muss ich den Konzenner erst wieder rüberziehen, die Sachen mal hier rein. und harren der Dinge, die da kommen mögen. Äh, so. Aber ich kann die, wenn ich mal hier bin, die beiden Wood Planks wieder mitnehmen, die jedes Mal drin sind, wenn ich mich einlonge. So, gehen wir mal aufs Dach. Ich steig mir aufs Dach. Ah, jetzt sind schon zwei, da drüben ist einer. Und da oben ist einer. Hm? Hm. Da oben sind die Dicken. Die anderen Dicken. Hm, naja. So. Ah, sehr schön. Zwei Iron Ohr habe ich schon. Das ist doch mal nicht schlecht. So, jetzt, jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir mal hier. Ähm, und zwar. Ja. Und zwar, genau. Die, die Oil Pump. Oh. Der Oil Tower wäre natürlich teuer. Mining Drill. Hm. Ne, aber das da hier. Und die Raffinerie. Hm, hm, hm. Ne, genau. Ne, genau. Ich werde mal eventuell mir sowas da machen. Also, acht Metal Pipes, viermal Metal Wire, acht Metal Plate und zwölf Iron Ingots. Hm. Dann brauche ich 32, 32 Iron Ingots insgesamt. Das ist eine ganze Menge. Ich hoffe nur, dass ich da so viel heraus bekomme. Das wage ich aber fast zu bezweifeln. Wie viel haben wir denn? Wir haben elf. Also, brauchen wir noch 21. Ah, ich habe ja noch ein Metal Plate. So habe ich ja noch da. Und, äh, ok. Ok, 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 ok. Ähm, also. Was brauchen wir jetzt? Ähm, blup. Dann brauchen wir vier Metal Plates. Die machen wir uns doch gleich mal. Äh, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Aha, ok. Aber, vier Metal Wire. Ja, die können wir uns machen. Ok, gut. Dann können wir die hier schon mal reinlegen. Sehr schön. Dann, ähm, brauchen wir Metal Clates. Vier Stück habe ich. Vier Stück brauche ich noch. Ok, das passt auch. Sehr schön. Ähm. Und dann, da haben wir denn jetzt noch drei Ironing. Dann mache ich mal Metal Pad. Nein! So, den Tisch wieder aufgenommen. Oh, ne. Ach, ja. Ach, ja. So. Also. Da steht jetzt ziemlich weit drin. Naja, egal. Ich habe ja keinen Platz. So. Ähm. Wo haben wir denn die Metal Pipes? Halb. Halb. Äh. So. Okay. Das. Äh. Okay. Äh. 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 Da steht jetzt wieder vorne weg. Okay. Okay. Oh, ich bin hier durch. Ich bin hier durch. Ich bin hier durch. Oh, weeeeeee. Juhiii! Juhiii! Gucken wir da mal. Jetzt habe ich glaube ich den falschen getroffen. Egal. Na cool. Ich muss jetzt gerne mal rüber laufen. Und dann habe ich den jetzt... Tatsächlich. Tatsächlich. Haha. Juhu. Na toll und dann... Ja. Ich hatte ja nicht mal was dabei. Ich habe euch den Arsch gerettet, Freunde. Und so dankt ihr mir. Ups. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Du hast recht. Äh. Hallo? Äh. Hm. Okay. Treffe ich euch nicht oder ist euch das egal? Äh. 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 Daneben geschossen. Egal. So. Was haben wir denn hier schon alles? Äh. Okay. Dann. Jetzt soll ich alles mal rüber. Und... Heizen gleich mal an. Genau. Und heizen gleich mal an. Und heizen gleich mal an. Äh. Hier haben wir die Iron Moor. Alles rüber. Ja. Okay, und dann splitten und splitten. So, brennen. Okay, das sind wir, das sind wir, das sind wir, jetzt fehlen uns noch die Petalwire, die sind ja, den Bau und den 12 Iron Hickens, vielleicht bekommen wir den zusammen, hallo, ja nix, so, holen wir gerne mal das Zeug wieder raus und werden uns drücken mit rein, äh, so, okay, Inventar, zack, zack, und, warte, zack, okay, und die fertigen Barren können wir gleich mal hier überholen, so, jo, den haben wir jetzt also genügend, hole, naja, haben wir mittlerweile 60, ist auch, hallo, was spinnt die? Okay, was hat jetzt hier los? Hm, da hat er mir das doch übel genommen, dass ich gerade auf ihn geschossen habe, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay, so, was ist hier? Okay, ah, ha, ha, ach, so, neun, okay, 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 also mag nicht immer das ganze Zeug, 44 Magnesen, jetzt habe ich 42 Koffer ingezogen, eine ganze Menge, keine Ahnung, wo sie mit dem alles anfangen sollen, aber egal, Hauptsache ich habe es, so, okay, nein, das ist halt doch, natürlich, habe ich mein Tor zugemacht, ja, so Leute, wir sind schon wieder bei über 20 Minuten, 21 Minuten dürfen es sein, das war es dann für diese Folge auch schon wieder, ich weiß, ich habe mir nicht viel geschafft, diese Folge, außer Dinosaurier, dumm anzureden, aber, naja, was macht man nicht alles, Gut, naja, dann war es das für diese Folge, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, oder einen Kommentar, oder beides, ja, und dann vielleicht, bam, vielleicht bis zum nächsten Mal, okay, bye bye.